Wenn wir uns meditativ mit Pflanzen verbinden, verbinden wir uns gleichzeitig auch mit der Natur in uns selbst und können dabei neue Facetten unserer Seele kennenlernen. Heute geht es um den Hanf, eine sehr vielfältige Pflanze, die früher sehr große Bedeutung auch in unseren Gegenden gehabt hat und die sicher in den nächsten Jahren ein Comeback feiern wird. Hanf, die Anarchisten, wir stellen euch in Frage. Vielleicht habe ich mich früher zu brav in vorgegebene Strukturen eingefügt, Ja und Amen gesagt. Mit dem Hanf wächst meine Lust, stillschweigende Übereinkünfte zu hinterfragen und alles Selbstgefällige herauszufordern. Es macht mir Spaß, die Gesellschaft neu zu denken, zu philosophieren und verrückte Ideen zu entwickeln. Altes muss zerstört werden, damit Platz für Neues entsteht. Das zeigt schon die Natur. Der junge Vogel wird erst geboren, wenn er die Eischale aufbricht, die ihm zu klein geworden ist. Und dann zum Beispiel für Neues die Eischale aufbricht, die für Neues die Eischale aufbricht. Das ist es dann die, wir tun. Und dannven wir aufbricht, wenn der Ölger kommt. Und dann wollen wir das Ganze ein Mikro übernicht, ausbricht,legen wir das Orte. Und dann drüber übernicht, dass wir in der Ölger kamen, wo der Ölger kamen. Und dann sage ich mich, wie ein bisschen Abricht. Und dann schauen wir mal.